So, ganz vorsichtig muss ich jetzt vorlaufen. Zum Bauernhof. Ich möchte zum Bauernhof hier. Ich möchte zum Bauernhof hier sein. So. Da haben wir eine Anomalie und so, nein, ich muss außen rum, verdammt, muss komplett außen rum, sonst stehe ich nicht durch, so, also hier sind richtig viele Anomalie, ich flippe, raus, also, weiter geht's. So, ganz vorsichtig, okay, da hinten steht die komplette Waschmannschaft, die Mannschaft, die muss jetzt mich irgendwie durchkämpfen. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Hey. Hey. Gut, zumindest haben wir jetzt einen Kumpel getroffen. Ich muss jetzt irgendwie durchkommen. Hey, hey, hey. So, ganz langsam. Ganz langsam. Was? Oh, das ist jetzt irgendwo eine Lücke. Oh, was. Ich versuch mal was, deshalb speicher ich mal den Kumpels nach. Und zwar, ich stelle mich. Jetzt geht für mich. Ganz hoch, ich mich überschlagen. Ganz langsam, tasse ich mich hier vor. Immer auf der Hut vorgegnen. Geil! So schreien dir ist das geil. Na gut, weiter geht's. So, gut, das sind jetzt drei Gegner. Ganz langsam fortwassen. Ganz langsam hoch. Das ist mal gut. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. So, so mal ehrlich, so macht man das, Leute. Okay, bin durch. So, so mal ehrlich, so mal ehrlich, so mal ehrlich, so mal ehrlich. So, so mal ehrlich, 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 so schön heute also macht es euch zur lehrer so kommt man nicht durch naja gut dann sage ich mal bis zum nächsten mal herr kicker pc player denn ich will mal noch verschiedene techniken ausprobieren mal sehen ob ich durch komme bis denn